Hi ihr Lieben, ich wollte euch heute nur schnell die Gewinner bekannt geben vom Gewinnspiel und die Lösung war übrigens Jack von Nightmare Before Christmas Moment, hier ist er, tadaa und die Gewinner, die blende ich euch jetzt hier ein ja, also herzlichen Glückwunsch natürlich und viel Spaß damit und ich würde euch bitten, mir eure Adresse oder beziehungsweise die Adresse, wo ich es hinschicken soll per Privatnachricht zu schicken und ja, dann versuchen wir es vor Halloween noch hinzukriegen Viel Spaß mit dem Film und Happy Halloween!